Hey meine Abonnenten, meine Fans. Hier eine kleine Böderbestellung von Pyroland. Gibt es auch einen ganz tollen Aufkleber hier. Hauptschreie wird gern drum. Pyroland, ich hab nen Knall. Ja, was habe ich alles bestellt? Kubische Kanonschläge von Beko. Einmal, zweimal, dreimal, viermal. Superböder, zwei von Panda. Einmal, zweimal. Und ein ganz spezielles Highlight, King Cobra. Die absolut besten Böder, was man in der Deutschland halten kann. Zwei Stück. Sind auch nicht so ganz so billig. Darum bloß zwei Stück. Und weiter geht's. Dann die Schocks. Dann der Butter Crusade. Superböder zwei von Leslie. Superböder eins von Leslie. Booster Böder D von Panda. Big Booster Böder 2 von Panda. Und drei riesige Kanonschläge von Nico. Einmal, zweimal, ja. Das ist fast. Dann geht's. Vielen Dank.